Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok, Dinosaur Hunter. Ja, äh, wir machen auch gleich die nächste Partie hier fertig. So, tschüss. So, äh, geht's da auch wieder runter? Tatsächlich, dann ab ins kühle Nass. Ja, geht schon. Oh, Leben, Leben, Leben. Wir brauchen Leben, ich hätte das zuerst holen sollen, bevor ich den Kontrollpunkt aktiviert habe. Aber was soll's, ist eh wasscht, es ist nur ein Kontrollpunkt. Ich weiß, es hört sich jetzt voll gemein an, aber in dem Fall ist es leider so. Ich bin sogar am Überlegen, wieder zurückzulaufen und den Speicherpunkt mir da zu sichern. Über das Trampeltaner. Achso, den habe ich erwischt. Ah, den habe ich erwischt, natürlich nicht. Achso. Achso. Achso, ist das. Wow. Aha, da ist wieder ein Portal. Wohin auch immer. Ich glaube, ansonsten ist da nichts mehr, ne? Dann würde ich sagen, hau mal ab. So. Au. Was war denn das jetzt? Hä? Geht durchs Portal und kriege kein Schaden. Ist das nicht. Aber irgendwer ballert da, oder? Du. Du Gratler. Du Schiecher. Aha. Passt. Hin ist er. Was? Nichts hin? Aha, der hält wieder mehr aus. Okay. Gut. Muss ich mir merken. Dinosaurier böse. Böse, böse. Darf ich noch eine Position? Tja, wir gehen zuerst. Passt. Passt. Noch jemand. Passt. Hui. Nochmal. Ja, sicher. Au. 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 Da. Was haben wir da unten? Ein Schlüsselchen, ha? Level 5 Schlüssel. Level 5? Okay. Ein Schlüssel in diesem Level zu finden. Aha. Aber ich hätte es ja mal schafft, alle zu kriegen. Das ist bezweiflich. Passt. Was? So, umgeballert. Munizionchen. Nimm es mit. Brauchen wir nicht. Okay, dann werden wir mal die Waffe wechseln. 200 Muni können wir schon tragen. Wow. Munizionchen. Wow. 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 Was ist denn hier hin? Aha. Aha. Was haben wir da? Kann ich dich wieder mitnehmen? Nö. Aha. Okay. Du warst jetzt einmal erledigt. Aha. Aha. Wow. Käfer. 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 Käfer stirbt. Böser Käfer. Aha. Da ist noch so ein Kerl. Einfach mal nicht hier. Aha. Hat er gewischt. Ich glaube, ja. Passt. Käfer. Käfer kaputt. Na, geht nix. Wo kommt man da hin? Hallo? Käfer. Natürlich sind hier Käfer. Ich will mein Messer haben. Passt. Kleber leben. Käfer kaputt. Jawohl. Käfer abmuxen. Käfer abmuxen. Noch mehr Käfer abmuxen. Alle beide? Sehr schön. So, waren das jetzt schon? Nein. Da ist noch Leben. Käfer. Ein bisschen. Au. Westviech. Da kann ich rauf. Ich hoffe. Ja. Sehr schön. Aha. 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 Supi. Au. Natürlich erwischt du mich. Ist eh klar. Ich brauche was zum Schießen. Tch. Und das wird schlauer. Ja. Sehr schön gemacht. Wow. Das war schön gemacht. Das war aber echt nicht schlecht. Wenn man hier irgendwie und irgendwann... Oh je. Ja, was ist denn das für eine Waffe, die du da willst? Passt. Warten. Oh, sehr schön. So. Okay. Kribie. Da kann ich rauf. Da geht's jetzt? Geht sich das aus? Ich weiß nicht. Ich schau nochmal kurz zurück. Es ist doch ein bisschen hoch, oder? Wozu muss ich jetzt diesen Schalter betätigen? Das ist eine gute Frage. Oder ist der gar nicht fertig aktiviert? Da muss ich echt meinen Wut zusammen nehmen und da rüber hüpfen. Schau. Jetzt mit Zeit? Scheint echt zeitbedingt zu sein. Keine Ahnung. Doch zuvor? Boah, das geht sich echt aus. Aber darüber komme ich trotzdem nicht. Boah, das geht sich voll aus. Aber probieren wir es nochmal. Scheiße, gerade nicht. Okay. Hat sie ihn gehört? Mist, ich weiß es jetzt gerade nicht. Muss ich nochmal warten. Reicht jetzt. Was? Was ist denn das schon wieder für ein Schmarrn? Ist der jetzt kaputt? Scheiße, wie es ist es nicht ausgeht? Hallo? Wieso geht sich das nicht aus? Es ist aber doch... Okay, er hat nicht hingehauen. Okay, er hat nicht hingehauen. Jawohl. Schön. Pff. Geht ja. Das richtige Timing. Geht ja. So. Okay. Da haben wir... Au. Da kann ich nicht mal mehr kratzen, ey. Ja, steh weg. Au. Natürlich steht da noch einer. Ein Timosang ist auch noch. Logo. Passt. Der ist auch krepiert. Sehr schön. So. Mein Rehlein ist natürlich weg. Weil das hätte ich jetzt gebraucht zum Heilen. Heilen. Da ist es. So. Wow! Ich wollte eigentlich noch schnell etwas einsammeln, bevor ich zum Kontrollpunkt gehe. Alter. Das ist vielleicht keine gute Idee. Vielleicht sollte ich gleich mal hingehen, für den Fall der Fälle, dass ich hier krepiere. So. Au. 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 Oh. Das wollte ich gerade nicht. Das habe ich eh geschafft. So. Aber den da. Den holen ist nicht verkehrt. Ich bin gerade ein kleines bisschen verwirrt. Ist das hier oben nicht? Ein Köcher ist da, okay. Wie komme ich da jetzt wieder rauf? Das scheint wieder durch ein Portelein, den ich wieder mal suchen muss. Den nehmen wir auch gerne mit. Boah, was zu speichern wäre echt wieder mal schön, ganz ehrlich gesagt. Ich hoffe, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier mache. Beziehungsweise, wo ich lang soll. Ich glaube, da gibt es eh nichts, ne? Ansonsten. Da drüben waren wir eh schon. Da haben wir gesagt, da geht der Wein. Au! Er hat jetzt durch die Wand geschossen, der Bastard. Na, jetzt haben wir Ruhe. Na nü. So, haben wir da noch was? Jawohl, ein paar Tröhnchen. Sehr gut. Du Wirstel. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Wow! Wieso? So. So. Fuck! Kontrollpunkt, ne? Mein unser wertvolles Leben. Boah, ich könnte heulen. Du schaust einmal beim Fenster rein und dann kriegst du wieder aufs Maul. Okay, da ist nix. Okay, da ist nix. Okay, das ist an. Wir können ihn nur so daneben ballern. Alter. Oh, leck mich doch am Buckel, ey. Mann, ey, ich bin schon fast in mir... Ja, ich muss das Spiel nochmal laden. Das ist echt jetzt übel. Geh, leck mich doch am allerwertesten. Ich hätte zurückgehen sollen. Ich hätte zurückgehen sollen. Ich hätte das speichern sollen. Ich bin so doof. Boah, das ist jetzt ein sehr weiter Weg. Boah, ärgert mich das gerade. Was soll ich machen? Nichts kann man machen. Boah, jetzt so Mäuse melken, ey. Weißt du, ich habe den Weg noch? Nein, ich reine schon falsch. Ach, geh sterben. Weißt du, Kontrollpunkt, schön und gut. Ja, kann mir nichts dazu sagen. Es gehört, ich lade nochmal. Das habe ich ja wieder mal sauber ver... Nein, nicht den, sondern den will ich haben. Ja, habe ich eh wieder vermasselt. Ähm, sowas wollte ich sagen. Ich finde es gemein. Menno. Jetzt haben wir es immer so weit. Komm, Mann, ich hätte echt speichern sollen. Ich bin vollidiot. Es ist halt wirklich... Es ist nicht zu glauben. Und ich wollte echt chillen. Ich wollte heute zwei Kapitel schaffen bei meiner heutigen Aufnahmesession. Was ist? Nichts kriege ich. Das ist so ärgerlich. Wirklich. So ärgerlich. Er triffst mal was. Was ist denn los mit dir? Ach Gottchen. Ja, sicher. Gestirbt. Nicht zu fassen. Nein, ich hätte es echt... Ich hätte müssen zurücklaufen. Ich bin einfach nur doof. Wenn ich so weit kommen sollte wieder für den Fall das. Wenn wir es wieder geschafft haben diese eine Säule da zu aktivieren muss ich unbedingt speichern gehen. Das darf ich auf keinen Fall vergessen. Das war jetzt echt saublöd von mir. Richtig, richtig saublöd. Jetzt habe ich die Schweine beleidigt. Ja. Ich habe ihn erwischt, glaube ich. Aha, okay. So. Jawohl. Nau mal dasselbe in mein Grün. Jawohl. Das hier. Da drin. Nein, ich weiß es noch nicht auswendig. Woher denn auch? Ich spiele das zum ersten Mal. Ich habe keine Erfahrung hier. Ne? Ja, ja. Oh Gott, jetzt muss ich den Deppen auch wieder besiegen. Na schön. Jawohl, das hat gesessen. Boah, das ist echt wahr? Ja, okay. Okay. Lief gut. Lief sehr gut. Äh, warte. Genau, da hat es noch was. Richtig. Ne, wenigstens das kann ich mir merken, ne? Wenn es sonst nichts geht. Passt. Passt. Einigermaßen. So, das machen wir Polen schnell. Haben wir eh schon tausend Mal gesehen. Ich glaube, ich kann anfangen schneien, wenn es so weiter geht. Oh je, oi, 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 mini. Äh, warte. Danke, ist weiter, genau. Danke. Sehr nett, danke schön. Schroti, Schrotschrott, okay. Wir werden mit der Schrotschießen in Zukunft ein bisschen. So. Was? Scheiße. So, nehmen, nehmen, nehmen. Mitnehmen. Passt. Rüstung nehmen wir gerne mit. So, mal kurz mein Auge. Das juckt gerade. So, nix, sie weg. Warte. Natürlich ein wenig von Munition noch, ne? Die nehmen wir vielleicht mit. Vielleicht gar nicht so blöd. Jawohl. Du Kratler, du Schiecher. Ja. Ja. Da ist noch was. So, nimm mit. Sehr gut. Alles schön mitnehmen. Sehr brav. Jawohl. So. Oh, bin ich jetzt zu früh abgestürzt? Ich glaube, ne? Weil ich doof bin. Yay. Langsam. Weil ich doof bin. Ja. Jetzt komm, Mann, ey. Ja, jetzt hüpf. Ich muss nochmal kontrollieren. Ich glaube, ich habe was übersehen. Weil ich ein Schussel bin. Lauf, 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 lauf. Ja. Jetzt ach, leg mich. Schämt. So. So. Mein Auge. Es juckt mein Auge jetzt so. Genau, da war ich den Trollpunkt. So, die habe ich alle, ne? Nein, natürlich nicht. So. Nimm mit den. So. Brav. So, die Waffe. Die, die brauchte ich nicht. Okay. Okay. Passt. Nicht jetzt? Ja, voll. Voll wie ein Christbaum. Ui. Nein, jetzt die... Ja, ist ja bestimmt. So. Passt. Wieder hoch. Wobei, es bringt sich jetzt wahrscheinlich gar nichts, das Leben zu sammeln, ne? Wegen der Rüstung und so. Das ist eh blödsinn. So, die fährt. Was war denn das jetzt gerade? Hat mich gerade jetzt was... An... Alter, du Schwein. Ich wollte eigentlich nicht die Waffe haben, aber es ist eh wurscht. Darum ist gar nicht dasselbe, ne? Ja, ja. Wenig Leben. Okay. Sehr schön. So, dann können wir Leben holen. Mann, ey. Ist das ärgerlich. Ja, ich muss unbedingt... Ich muss jetzt ein bisschen schlauer werden. Das gibt's ja nicht. Oh. Ich hätte das speichern sollen, als wir nach unten... und den, äh, den Dings, den einen, ja, natürlich aktiviert hatten, so. Ja, und für Selbstgespräche. Naja. War hier noch was? Hier war gar nichts noch. Doch ein bisschen Munition. Da hab ich doch glatt geschwindelt. Bisschen Munition ist okay. So, nix mehr zurück. Oder besser klick sie weiter. Genau, da muss ich hier noch. Den da und... Schau. Heim ist sogar gemerkt. Ist ja nicht zu glauben, oder? Komm. Geht ja. Da haben wir noch was. Sehr gut. Ich bin einfach nur dämlich. So schaut immer aus. Jawohl. Das überspringen wir gleich. Das haben wir eh schon gesehen. Dahinten war, glaube ich, noch was für uns. Ein Schlüssel würde noch fehlen. Ich bin mir jetzt sicher, ob wir den finden werden. Stieb weg. Halt. Halt. Schrot haben wir auch schon wieder genug. Krass. Hüüpf. Aber da drüben war ich noch nicht fertig. Da drüben hab ich was ausgelassen. Da. Ok. Die Zirnchen ist wieder voll. Okay. So, passt. So, das Hammer. Das heißt, da drüben. Ich hüpf. Mal eine kurze Runde außenrum. Halt. Aha. Ich sehe dich. Du Munition, du... Tja, eine Rüstung. Ich glaube, ich spiele. Ha, ha, ha. Ja, hat sich schon rentiert. Der Umweg. So, noch da drüben schauen. Ein bisschen Munition. Nehmen wir gern mit. Bam, bam. Ansonsten nichts mehr. Okay. Ist deine Rüstung versteckt? Du legst die Niederherst. Da oben war ich auch nicht. Hallo. Schau. Plus Leben. Wow. Darin war ich auch nicht. Die Munition braucht man nicht. Okay. Dann nochmal dasselbe. Jetzt wir runter. Na, komm. Verdecke. Hallo. Alter, der Aktivverträg, ne? Jawohl, geht ja. Es kann sterben. Endlich mal. Sehr gut. Passt. Käfer. Stimmt. Da wollte ich mein Messerchen haben. Weg mit dir. Schwing, schwing, schwing. Einmal im Kreis herum. Au. Du bist wie ich. Au. Wer ist noch? Da. Mist wie ich. So. Leben, leben, leben. Sehr gut. Jawohl. Jetzt müssen es alle sein, normal, ne? Hammer? Ja, Hammer. Gut. Sehr fein. So, dann nehmen wir die Buffen. So, dann machen wir eine Kehrtwende. Irgendwo hin. Das ist verkehrt. Da müssen wir rauf. Glaube ich. Ja. Schnell speichern gehen. Dann Fehler mache ich kein zweites Mal. So. Ja. Hier drauf nochmal, bitte. Ja. Perfekt. So, jetzt kann es weitergehen. Jetzt ist es mir auch schon leichter. Wenn ihr aber nur wüsst, wie man da hochkommt, ne? Zu dem komischen Ding. Kann man das abballern? Kann man das... Keine Ahnung, wie das gehen soll. Moment mal mit Anlauf kommt man dahin, ne? Hm. Ist halt so. Und tschüss. Hammer hier, Munizienchen. Oh. Sehr fein. Au. Boah. Durchgehört. Nein. Scheißendreck. Da muss man nochmal rauf. So. Geht auch. Pam, 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 pam. Ah ja, den Schmarrn muss ich jetzt auch nochmal machen. Ach Gottchen. Wisst ihr was? Da beenden wir den Part ganz einfach. Wow. 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 Was willst du mit dem Messer, du Kerl? Das ist die bekanntere Waffe, das ist ein Trottel. Voll Idiot. Ist ja wahr. So. So. Hü, hüpf. So. Und jetzt beenden wir hier den Part zu. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns bei der nächsten Failrunde. Von Tour Rock. Tschüssi. 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 Tschüssi.